Alle Spiele der BQBWL live und on Demand. Nur hier, nur hier und hier und hier und hier. Welcome to Basketball. Jetzt mit NBA und World League. Einfacher Korbleger für Strängers. Hier doch, geglockt! Da wurde es auf einmal ganz, ganz dunkel. Das klappt. Boris Zell, geblockt von Tice! Warte. Sechs Sekunden. Vielen Dank für Robertson. Abgeräumt von Tice! Daniel Tice, geblockt! Scheint ihm heute Spaß zu machen. Boris, geblockt von Tice! Wow! Daniel Tice! Aber zweite Halbzeit haben die Bamberger übernommen. Ja, es wird fast langweilig hier. Daniel Tice im sechsten Block. Also das ist schon enorm. Ein Wort vielleicht noch zu Daniel Tice, der die Hoheit der Lüfte heute inne hatte. Was sagen Sie zu ihm? Ja, er ist ein super athletischer Spieler. Er steht in der Luft. Er kann quasi fliegen und wie er die Leute blockt. Es ist sensationell. Er ist ein sehr, 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 sehr. Er ist ein sehr, 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 sehr. Er ist ein sehr, 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 sehr.